So schön rot schon. Ja, richtig schön rot. Das Rot ist ja auch Mysoxin, ein ganz wichtiger Happy-Aging-Workstoff, der in Hagebutten und Tomaten enthält. Oh, wie cool. Zum Beispiel deswegen Hagebuttenöl, Öl ist aus Hagebutten, das ist wahnsinnig wertvoll für die Hautpflege. Wildrosenöl wird ja aus den Kernen gepresst, das ist auch bekannt für Happy-Aging-Workstoff, Narbenbildung, Reißerhaut. Ich liebe ja die Brunerale. Meine Lieblings-Rolle.